hallo zusammen hallo freunde heute ganz spontan auch mit dem handy aufgenommen und zwar wollte ich euch daran teilhaben lassen ich war vor kurzem jetzt in der schweiz bei der lieben nadja liebe grüße nadja ein kleines experiment haben wir gemacht und zwar ein bilderrahmen der 1 meter 60 auf 1 meter 20 ist also richtig groß habe ich selber noch nicht gemacht darum sage ich auch ein kleines experiment merlin geht auch gerade im ist langweilig im hintergrund sehen ich bearbeite gerade noch das video für euch und dann lasst uns mal gespannt sein wie es funktioniert hat dann wünsche ich euch viel spaß und macht's gut bis gleich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020